Mach den Fettsack, Alter, den find ich geil. Ja, ja, du bist auch echt mächtig. Ja, da sind auch noch was, da ist auch noch was. Ich hab hier auch noch was gefunden. Lol, da ist kaum was runtergefallen. Nein! Oh. Ja. Mann! Man sieht, das ist ein Blind-Let's-Play. Mann! Total Blind, ja. Man stellt sich ranhängen, scheiße. Mann, ich komm da nicht mehr rauf, Alter. So blind, dass wir wirklich nichts checken. Ich komm da nicht mehr rauf. Warte, da ist noch was, da ist noch so ein Ding drin. 45 für 50 haben wir schon im Level. Ich bin nochmal drauf. Oh, der Scheiß-Tropfen. Ich geh weiter. Okay. Ja, ja, erstmal runterspringen. Nein, jetzt komm ich dann auch. Äh, ja. Wow. Ich tippe, ne? Oh, Leute. Jetzt geh halt weg. Ja. Wir müssen das Ding rollen, glaub ich, oder? Warte mal, erstmal. Oh. Da kommen Roblins. Der hat Pizza gesagt. Ey, du blöder Pizza, Alter. Okay, ich mach Fernkampf, du gehst ran. Hilf mir! Greif ich dich eigentlich damit? Nö, ich glaube nicht. Das war gut so. Ist doch geil. Levelaufstieg. Shit. Äh, ich hab... Ich packt, du auch? Ja. Ich würde jetzt mal... Was investierst du? Ähm, ich will diesen... In diesen Wurfhammer. Achso. Gut, ich mach mal die Oliver. Ja. Frostpfeil? Ja, komm, Frostpfeil. Scheiße, wie kommt man denn nochmal da oben drauf? Warte mal, mach du mal auch den Magier und mach mal hier noch so ein Teil drauf. Wo? Na, hier auf das, was ich gestellt hab. Ein kleines? Ja, ist egal. Stell's einfach hin, stell's einfach hin. Okay, sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt muss ich nur noch darüber. Scheiße, da komm ich drüber. Warte mal, dann lass die mal, lass die mal da rüber stellen, sozusagen. Das andere auch noch? Ja, jetzt blockier mich halt nicht. Das Spiel ist ideal für uns, wir arbeiten so gerne zusammen. Schick dich, scheiße, scheiße. Alter. So, jetzt stechst du's da rauf, so. Warte, so. Boah, jetzt hält es nicht, oder was? Das klein auf das große. Ja, so. Aha. Wir werfen jetzt den Wurfhammer. Ja, ich glaub... Geil! Ja, Mann, das ist überfett. Geh du mal da oben rauf, schnell. Alter, wie du mich grad geschleudert hast. Halt! Halt! Ah! Okay. So. Jetzt komm ich da nicht mehr rauf. Achso, jetzt kann man gleich kaputt kommen. Könntest du mir vielleicht mal helfen? Aua, da war ein Stein. Oha! Nein! Du bist ja eh mit dem nächsten Dings geportet, oder? Ich bin schon da. So, da kommt Troll. Da kommt Troll. Au! Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Scheiße, ich komm vorfam an. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Auf einen Werfen. Ähm. Warte mal, kannst du... Warte mal, ich halte den jetzt mal auf. So. Mach du das. Warte mal. Ich stell mich mal hier hin und halte den dann mal auf, dass du dann da hoch kannst, sag ich mal. Warte, warte. Warte. Ja, warte. Du bist ja... Warte, du musst da rauf springen auf den. Du blöd. Jetzt mach doch! Jetzt spring doch! Das geht nicht. Was geht denn da nicht? Okay, okay. Jetzt geh doch weiter! Jetzt schick ich doch da rauf. Du musst da rauf, wie viel Felsen. Hm, ganz toll. Ja, du bist so echt intelligent gemacht. Jetzt geh da rauf. Ja, wie denn? Na ja, jetzt halt. Jetzt geh doch. Mann, ey, typisch Frau so hier, bis wir schlagen. Typisch Frau. Scheiße! Ja, warum ist es noch so ein Dings? Jetzt geht der wieder zurück, ey. Alter, Finne. Sorry, ich will alles einsammeln. Oh, lol. Das ist ein Goblin. Anstatt mir mal zu helfen. Nö. Nö, muss wieder. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich bin hier runter, Alter. Der ist runtergesprungen. Kommst klar, ja, da unten? Ach, in die Fresse. Anstatt, dass du das Ding auch mal aufhältst. Nö, hab ich nicht nötig. Ich lauf jetzt einfach mal weiter. Ja, ganz toll. Du bist so dumm, Alter, ey. Ich will die Blödheiten haben, hätte, ey. Soll ich vielleicht die Felsen auffalten? Mann, fick dich weg. Okay, ich halte den Felsen auf, ja? Kannst du mal zurückkommen. Mann! Wieso komme ich denn da nicht rauf? Ich zurückkomme? Ich schaffe das. So, ich habe jetzt nämlich hier so ein Ding. Loll, man kann die Dinger zerhauen. Ich glaube, zu, Affe Tode. Ich kann doch da nicht weiter sch... Mann, wieso? Du musst da einmal... Mann, kann die Blöde... ...vonnsinn, Alter. Du bist so eine dumme Hure, ey. Wie deine Mutter, ey. Ich bin auch so hässlich. Jetzt halt das Ding doch mal auf. Jo. Da hinten. Warte, warte, warte. Ich komme noch nicht ran. Ich komme jetzt hier vorne ran. Du darfst doch nur einmal da aufspringen. Das bringt's. Du darfst doch kurz mal raufspringen. Ey, ich schaff das. Du musst weiter hinten abspringen. Toll. Nee, die dumme Fotze ist so behindert, ey. Ich nehme jetzt den fetten. Er hat nämlich irgendwie eine Adventure-Map. Warte, da war ich besser als du. Nö. Oh, jetzt verpisst dich hier, Alter. Ja, ey. Das bringt's auch nicht. Mann, ja, da oben sind noch richtig viele Sachen noch. Loll, der kommt zurück. Lukas. Mein Gott, das ist mir egal. Der kriegt jetzt erstmal richtig Nitro von mir. Der kommt doch zurück. Das ist wie ein Boom-Macher. Das ist voll geil. Na, oh, wieso? Boah, das ist so behindert, das Game, Alter. Das ist so behindert. Ja. Oh, meh. Scheiße. Ja, nur weil du jetzt gerade mal Lack hattest, Alter. Mann. Ich würde es mit der Frau versuchen. Die ist am leichtesten. Die springt am weitesten, glaube ich. Tja, ja, deine Mutter, Alter, die ist auch am leichtesten und springt am weitesten. Oh, mach's auch. So, let's go. So, ich halt jetzt das Ding und du gehst da rüber. Mann, Alter, du bist dumm, ey. Dummi Stolle bist du, ey. Ich bin tot. Du bist bei uns am Checkpoint. Ja, geht ja nicht. Ich muss warten, bis du am Checkpoint bist. Okay. Obachtest du mich jetzt, ey? Du bist so dumm wie Stolle, ja. Wow. Oh, du bist echt dumm, dümmer, Alter, du, ey. Ganz ehrlich, da nimmt der genau in dem Moment den Scheißding runter, ey. Wow, teure sind wir jetzt, ey. Ja, sicher. Ja, ich hoffe, du bist so dumm, ey. Ja, ich hoffe, du willst uns jetzt noch sagen. Oh, du hättest jetzt da auf. Ich mach das jetzt, ey. Oh, der Blut. Das war nochmal Nitro von mir. Scheiße. Hältst du mir denn jetzt auf? Nein. Ey, wieso denn denn? Ich hab die auch nicht konzert aufgehalten. Oh, das muss ein Geräusch. Mann, was machst du denn? Oh, ich seh schon, das Game ist gut zum Trollen, Alter. Warte, ich geb dem Ding Nitro. So, jetzt kannst du es schaffen. So, komm. Oh, der wirft einer. Au. Mach doch mal den Hammer da rein. Ich schütz dich. Ich schütz dich. Los, komm hinter mich. Okay. Komm. Mann. Du musst dich schon höher werfen. Los, jetzt geh doch da rüber. Geh doch da rüber, schnell. Ja. Ich störe beim Besten. Sehr schön. Alter, wie viele Typen sind denn da? Ja. Ich glaub, sind das alle gewesen, oder? Boah, was? Der hat erstmal reingeschubst. Lol. Sief, Digga, sief. Alter, wie viel kommt denn da? Scheiße. Das war jetzt dumm. Komm zurück, Hammer, komm zurück. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawoll. Gib ihm, Alter. Das tat ihm, glaub ich, weh. Komm jetzt zurück. Nicht mit dem Dicken rüber. Das ist keiner mehr. Aber wie soll ich denn da jetzt wieder rüberkommen? Einfach auf den Stein springen, dann auf die untere da und dann rüber. Scheiße. Warte, ich glaub, kann ich jetzt nicht sogar zum Dingsmunch zurück? Ja, kannst du nur durch. Okay, erstmal dich überhalten. Vorsicht. Achso. Ja, die schießt doch schon auf den Boden. Ja. Das macht schon Fun irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Scheiße. Natürlich, wenn man es kann. Lol. Okay, du bist echt gut in dem Game, aber du hast es ja auch schon mal durchgespielt. Ja. Lol. Ah. Boah, ich hab's schon. Ich hab Eispfeile. Aber der sieht ja eh tot. Oh, ich bin drüber. Warte, ich muss jetzt nochmal einfach, einfach Cross-Arkennen. Lol. Doch, Vorsicht. Vorsicht. Ich schütz dich. Ich schütz dich. Ich schütz dich. Warte, ist der tot? Das ist mein Feuer, mein Power-Eispfeil hier. Da oben sind noch ganz viel Zeugs. Ja. Hast du gesehen? Okay. Okay, warte, ich geh mit meinem Schildtypen vor und halt die auf. Du kommst hinterher, ja? Ja, warte. Wo sind denn die Gegner? Keine Ahnung. Jetzt mach. Los, geh. Geh. Mach doch schnell. Ich krieg Schaden. Lol. Ähm, warte mal. Warte, warte mal. Warte mal. Warte mal. Hammer rein. Ja, warte, 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 warte. Warte, warte. Warte, warte. Ja, okay. Vorsicht, da kommt was runter. Warte, lass noch was. Ah. Ich geh ja mal oben lang, wa? Äh, ich komm da jetzt nicht mehr rein. Achso, das ist auch, glaub ich, oh fuck. Bist du tot? Ne, ne, aber da oben ist ein Typ, ein Typ. Ähm, geht's hier unten weiter? Es gibt zwei Wege, oben lang geht's auch noch. Noi. Nein. Jetzt mach, 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 mach. Durch, durch, durch. Durch, 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 durch. Oh, ja, alles. Ich block die Dinger doch. Gebel benutzen, komm. Nein, ich bin tot. Scheiße, ich bin tot. Lol. Ich verwerf dich gleich. Ähm, ja. Denk dran, du musst noch ganz wenig leben. Eintreff und du bist tot. Äh, wie machen wir das jetzt am besten? Ich bringe am besten rückwärts runter. So, Schild nach oben und dann sofort nach unten. Okay, ist egal. Haben wir das hier eng gesammelt, oder? Der Dings ist ja, der Dings ist ja trotzdem, ähm, aktiviert. Äh? Au. Aua. Aber wie sind wir denn hier? Keine Ahnung. Hä? Ach, wir sind, ich bin da hinten vorne am, komm mal zurück. Lol. Ja, Lol. Warte mal. Hier, hier bin ich vorne hochgesprungen. Lol. Ich bin schon runter. Ich bin schon runter. Ganz toll. Nein. Lol. Wee. Es ist nichts da, da kannst du nichts machen. Doch, ich kann die Dinger kaputt machen. Maaan. Aber da oben ist noch was. Ah, warte. Du hast du das Glück gefunden, auch in der Truhe, wa? Maaan. Was denn? Und die scheiß Kiste. Du hast du das noch mal. Vielen Dank.